Hallo, in diesem Video schauen wir uns Berechnungen am Kreis an. Hier ist ein Kreis abgebildet. Wir sehen, dass der Mittelpunkt von der Kreislinie umgeben ist. Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt und der Kreislinie ist überall gleich groß. Der Durchmesser. Er gibt an, wie groß der Abstand zwischen den beiden Kreislinien ist. Dabei wird der größte Abstand gemessen. Dieser verläuft immer durch den Mittelpunkt. Der Radius. Der Radius misst den Abstand zwischen der Kreislinie und dem Mittelpunkt. Wie wir sehen, ist das Verhältnis zwischen dem Durchmesser und dem Radius 1 zu 2. Also ist der Durchmesser gleich 2 mal dem Radius oder der Radius ist die Hälfte des Durchmessers. Schauen wir uns ein paar Formeln zur Berechnung am Kreis an. Der Flächeninhalt wird berechnet mit der Formel a ist gleich pi mal r². Dabei ist a der Flächeninhalt und r ist der Radius. Eine Beispielaufgabe. Wie groß ist der Flächeninhalt von einem Kreis, dessen Durchmesser 5 cm beträgt? Wir haben den Durchmesser gegeben. Wir brauchen in der Formel jedoch den Radius. Also rechnen wir den Radius aus. Der Radius ist die Hälfte des Durchmessers, also beträgt er 2,5 cm. Setzen wir dies nun in die Formel ein, erhalten wir, dass der Flächeninhalt 19,63 cm² groß ist. Die Berechnung des Kreisumfangs. Der Umfang eines Kreises, also die Länge der gesamten Kreislinie, wird mit der Formel u ist gleich 2pi r berechnet. Schauen wir uns dies an einem Beispiel an. Berechnen den Umfang eines Kreises, dessen Durchmesser 5 cm ist. Wir haben den Durchmesser gegeben. In der Formel steht u ist gleich 2pi mal r. Das heißt, wir brauchen wieder den Radius. Wir wissen, dass 2r gleich der Durchmesser ist. Also erhalten wir die Formel u ist gleich pi mal d. Setzen wir dies nun ein, erhalten wir, dass der Umfang 15,7 cm groß ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.